Herzlich willkommen zu einem neuen XRP Ripple Update Video. Es ist Freitag, somit wieder Zeit, ein bisschen auf die Charts und auf die News bei XRP bzw. Ripple zu achten. Und ihr seht schon, es gab diese Woche eine Menge Bewegung. Wir haben unsere Downtrend-Linie erst einmal nach oben hin verlassen. Wir sind so ziemlich so an einem wichtigen Breakout-Punkt, aber die Zeiten sind sehr, sehr volatil. Und das hat vor allem dieser Abverkauf gezeigt, hat aber auch dann dieser Pump hier auf knapp 62 US-Dollar-Cent gezeigt. Wir bewegen uns jetzt hier langsam in einem spannenden Terrain. Es kann aber jederzeit, wenn Bitcoin hier wirklich nach unten hin crasht, wirklich auch immer noch unsere 40 US-Dollar-Cent infrage kommen. Deswegen schauen wir jetzt aber ein bisschen genauer auf den Chart. Was hat sich getan, was hat sich fundamental möglicherweise geändert und was gibt es auf jeden Fall für neue News. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr Ripple kaufen oder traden wollt, könnt ihr das gerne auch auf BingX machen. Dort meine Hauptbörse, wo ich im Endeffekt alles drüber mache, Krypto, Stocks und Forex. Also meldet euch gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung an, gibt auch momentan wieder etwas Bonus. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan traden wir bei knapp, wo haben wir es denn, 59 US-Dollar-Cent. Also es gab schon ordentlich Bewegung, wenn wir jetzt mal so das Fazit zu letzter Woche ziehen, wo wir hier unten noch getradet haben, bei 54 US-Dollar-Cent. Wir hatten keinen signifikanten Daily Close unter unserer Support-Linie. Daraufhin gab es dann eben diesen Pump nach oben hin, hat natürlich auch damit zu tun, Bitcoin hat einen ordentlichen Pump nach oben hin gemacht. Wir waren bis auf 64.400 US-Dollar. Natürlich ziehen da auch ein bisschen die Altcoins ein bisschen mit, aber man muss auch dazu sagen, Ripple hat es geschafft, zumindest jetzt mal hier über unsere Downtrend-Linie. Und die zeige ich euch jetzt hier gerade nochmal, die haben wir letzte Woche erst eingezeichnet. Die war von unserem Peak hier oben bei 94 US-Dollar-Cent bis hier runter. Oder zumindest hier macht es gerade den Anschein, als ob Ripple es zumindest versuchen will, beziehungsweise XRP hier mal etwas auszubrechen. Und was man auch dazu sagen muss, wir hatten keinen Daily Close mehr darunter. Auch nach dieser ugly Kerze, die mir immer noch nicht so wirklich gefällt, aber da gehen wir gleich nochmal in den kleineren Timeframes drauf ein, haben wir zwei Closes darüber bekommen plus eine ordentliche Volumen-Cent gestern, die sogar bis hier oben in Richtung 62 US-Dollar-Cent ging. Hier oben hat aber dann der Widerstand erstmal reingeknallt, den können wir jetzt erstmal wegmachen, aber es zeigt sich, okay, wir haben hier langsam wieder etwas mehr Power für den Chart. Trotzdem, man muss erstmal hier noch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Wir befinden uns immer noch in einem Abwärtstrend, das heißt, wir sind immer noch nicht wirklich bullisch. Wir haben kein höheres Hoch, dafür hätten wir hier über die 60 US-Dollar-Cent-Marke mindestens mal einen Daily Close machen müssen. Und wir haben noch das Golden Pocket von der Nase. Das heißt, grundsätzlich hat sich etwas leicht verbessert, wir sind etwas bullischer geworden, aber übergeordnet befinden wir uns immer noch in der Abwärtsbewegung und sind immer noch bearish. Klingt jetzt ein bisschen beschissen, aber merkt euch einfach kurzfristig etwas bullischer, übergeordnet, also auf größeren Timeframes immer noch bearish. Hoffnung macht etwas das Volumen, dass wir hier zumindest mal etwas mehr reinbekommen haben. Gehen wir in den 4-Stunden-Timeframe, wie sieht Start aus? Dort haben wir zwei große Wigs hinterlassen. Den ersten, das war dieser Abverkauf, wo Bitcoin mal ganz kurz 8,5% nach unten hingemacht hat. Da hat sich XRP auch ordentlich erwischt. Wir sind hier dann unten in die 4-Stunden-Demand-Zone reingekommen. Wir können auch diese Box jetzt hier ehrlich gesagt mal ein bisschen wegmachen, beziehungsweise hier auch gleich als Demand-Zone, also als Support-Zone einzeichnen. Die wurde auch perfekt ausgenutzt. Daraufhin gab es erstmal eine Recovery nach oben und der Kurs ist auf 62 US-Dollar-Cent hochgestiegen. Das Negative ist, dass wir einen enorm großen Wickets hier hinterlassen haben. Nicht nur auf dem 4-Stunden-Timeframe, auch auf dem 1-Stunden-Timeframe haben wir jetzt hier mehrere Wigs. Und diese erinnern mich auch nochmal, und da müssen wir jetzt doch wieder in den 4-Stunden-Timeframe reingehen, auch noch an unseren sehr, sehr großen, den wir einerseits hier hatten und natürlich auch hier unten in Richtung 42 US-Dollar-Cent. Das sind jetzt die zwei großen Wigs, die wir hier hinterlassen haben. Die Frage ist, werden diese gefüllt? Normalerweise ja, früher oder später werden diese Wigs immer gefüllt, weil hier sehr, sehr viele Stop-Losses liegen und weil es auch sehr viel Liquidität in diesen Bereichen gibt, die natürlich früher oder später gefischt werden möchte. Und hier ist eine Menge Liquidität reingekommen, die den Kurs dann erstmal nach oben hin gepumpt hat. Das heißt, für mich deutet übergeordnet alles immer noch auf Short hin. Auch wenn wir jetzt hier erstmal diesen Downtrend erstmal gebrochen haben, auf den 4-Stunden, auf den Daily und sowas, ist für mich der Kurs immer noch absolut bearish. Liegt auch daran, ich rechne immer noch mit einer Bitcoin-Korrektur, wohin wird sich zeigen, aber dass wir die Altcoins nochmal ordentlich unter Druck setzen. Und gehen wir mal nur von einer 20 oder 30% Korrektur bei Bitcoin aus, dann würden wir nach jetzigem Stand bei XRP eine 28% Korrektur sehen und das wäre absolut human. Aber es wäre nicht mal eine fette Mega-Korrektur, sondern es wäre eine ganz normale Bullrun-Korrektur, auch wenn wir hier bei XRP noch keinen richtigen Bullrun hatten bis jetzt. Aber es macht absolut immer noch Sinn. Das heißt, für mich momentan ist eher der Plan. Ich hoffe, dass wir hier noch einen steileren Anstieg sehen in Richtung 65, 66 US-Dollar Cent. Wir treffen hier oben das Golden Pocket. Wir haben hier übrigens auch jetzt den Pivot Air 1, der jetzt hier zufälligerweise auch noch liegt bei 64,5, also 64,5 US-Dollar Cent würde auch sehr, sehr gut passen. Das heißt, für mich hier oben momentan eher dieses Short-Szenario hier oben, einen Short-Trade einzugehen und diesen dann möglicherweise bis hier runter in Richtung 42 US-Dollar Cent mitzunehmen. Könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, nee, wir brechen dann jetzt komplett Bullish nach oben aus oder ob ihr sagt, hm, macht eigentlich schon ein bisschen Sinn. Wir haben zwei größere Wigs, also den ersten würde ich mir auf jeden Fall gerne fischen. Das wäre hier unten, das wären auch schon 18 Prozent, sollten wir unseren Short-Trade reinkriegen. Ansonsten bis nach ganz unten wären es sogar 35 Prozent. Dann müsste aber Bitcoin meiner Meinung nach auch 30 Prozent korrigieren. Das erstmal so ein bisschen die kurzfristige Analyse, beziehungsweise wie jetzt so der weitere Plan ist. Also für mich hier oben auf jeden Fall Short-Bereich, sollten wir hier oben reinkommen Richtung Pivot beziehungsweise Richtung Golden Pocket. Da liegt noch einiges an Liquidität, aber da liegt auch eine Menge, Menge Widerstand. Und nach unten hin haben wir jetzt durch diese fette Buy-Candle, die wir hier reinbekommen haben, natürlich auch sehr, sehr viele Long-Stop-Losses liegen. Kommen wir zu den News. Ripple im Kreuzfeuer, Verdacht auf XRP-Preismanipulation durch Bots entfacht Kontroverse. Ripple unter Beschuldigung, Preis der XRP durch Bot-Aktivitäten künstlich erhöht, Gerichtsdokumente deuten auf Manipulation hin. Grundsätzlich, ja, aber ich glaube mittlerweile, der ganze Markt ist durch Bots manipuliert, durch Trading-Bots etc. Ihr kennt alle die KI bzw. AI von BlackRock, Alibaba, soviel ich weiß, heißt die. Auch da wird ja alles mittlerweile mit Bots, mit KI etc. pp. gemacht. Also es würde mich jetzt hier nicht wundern, auch dass Ripple das im Endeffekt im gleichen Zug auch 2015, 2016 gemacht hat. Wirft natürlich wieder ein schlechteres Bild auf XRP bzw. auf Ripple, vor allem wenn man noch in einem laufenden SEC-Verfahren ist. Und deswegen glaube ich auch weiterhin, es wird kein XRP ETF geben. Vorher kommt wahrscheinlich noch ein Ethereum ETF oder ein Altcoin generell ETF, aber es wird kein Ripple ETF geben. Ich hoffe ehrlich gesagt eher, dass die an die Börse gehen, dann würde ich mir Aktien holen. Aber dieses ganze Geschiss hier mit der SEC und jetzt hier neue Dokumente mit Preismanipulation. Wer weiß das schon. Aber gut, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Achtet nicht zu viel auf die Preise. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein bisschen so mein kurzfristiges Short-Szenario. Momentan nein. Für mich ist der ganze Markt weiterhin sehr, sehr überhützt. Und ja, den Rest werden wir dann einfach sehen. Also, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen zu einem normalen Update-Video wieder. Oder nächste Woche, wenn ihr nur für Ripple da seid, zu einem neuen Ripple-Update-Video. Und ja, dann war es das von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay cool.